ARD Text im Auftrag von Funk Letztes Wochenende war ich kurz davor Marmelade einzukochen, damit mal überhaupt irgendwas passiert. Ihr seid doch immer ein Traumpaar. Wie oft schlaft ihr miteinander? In diesem Jahr, oder was? In der Woche. In der Wo- Das ist schwer zu sagen, das kommt ja ganz offen an. Auf was denn? Ob ich in der Woche Geburtstag hab? Risiko? Mein Mann ist nach 800 Kilometer gefahren, nur mit mir zu schlafen. Und jetzt ist ihm schon die andere Seite des Bettes zu weit. Ich hatte gestern Nacht etwas mit einem anderen Mann. Wie, etwas? Sex. Auf dem Spieleabend? Nein. Also, wir wollen eine Pause machen. Ihr wollt euch scheiden lassen? Nein, es ist eine Pause, eine Phase. Ihr seid so scheiße. Tschüss, Papa. War eine super Idee von dir mit der Pause. Das sind meine Kinder. Und Sie sind ein neuer Ziel wie meiner Mutter? Ihr seid jetzt beide frei. Ihr solltet das feiern. Feiern? Guckt euch doch mal an. Übergewichtige Mumien mit bunten Brillen und Tonschuhen. Wir sollten uns unbedingt mal auf ein Elterngespräch treffen. Wenn du erstmal eine neue hast, dann kriegst du Emilia sowieso zurück. Frauen sind Konkurrenzficker. Das ist meine Frau. Dann zeig ihr das. Papa? Hm? Es sagt, wenn ältere Menschen alleine vom Computer sitzen, masturbieren sie. Machst du das? 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 Machst du das?